Herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei mir Pyronik und damit auch frohe Weihnachten an euch. Wir haben es heute den 24.12.2017 und zwar 9.50 Uhr. Ich möchte einfach mit euch heute diese Geschenke aufpacken und natürlich auch zünden. Und zwar hat der liebe Feuerwerkszünder mir Geschenke vorbeigebracht, auch dafür, dass er bei mir mitbestellen durfte für Silvester. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit dem kleinsten Geschenk und arbeiten uns dann mit der Größe nach durch. Und dann schauen wir mal, was wir kriegen. Ich habe schon eine Vermutung, aber ja. Ich flächere mal auf, sonst wäre das nichts. Wie ich es mir gedacht habe, Powerballs. Von Keller. Noch ein wenig älter. Gelb ist Backpack-Cover. Ich glaube, ich hatte gerade eben ja hier noch das alte VPI-Logo. Ich hoffe, er stellt auch mal Char. Ja. Tja, diese werden wir jetzt einfach mal testen. Viel Spaß dabei! Keine Cracking-Balls noch mit Kübelchen. Ja, ganz okay. Ja, ganz okay. Der andere hat leider nicht funktioniert. Naja, das lässt sich klarkommen. So, als Nichtspaket. Das etwas größere. Da weiß ich nicht genau, was drin ist. So, Rad drauf. Okay. Also, als erstes. Sticker. Man erkennt das vielleicht schon. Ups. Finde ich dabei um die Sticker von Pyro Xtre. Und hinten noch Sticker von ihm. Sehr geil. Sehr, sehr cool. Hatte ich noch gar keine von. Und eben noch die Pyro Wirbel von Keller mit Pinselstich-Logo. Dann wünsche ich euch einfach auch mal viel Spaß beim Test. Bis dann. Wer fliegt einen Tag. Meist mich einfach mal im Körper auf den Ort. Ja. Jetzt geht's mir hoch. Ich hab' nicht lange gelangen. Sicher zu sind. Sehr gut! Ja! Ja, meine ganze Zeit. Ja. Behandelt! Die drehen sich echt wirklich sehr gut. So, als nächstes Paket. Das hier. Wenn ich es aufbekomme, hier ist ganz so viel Deter. So, okay. Ups. Gruselfeuer eine Packung auf jeden Fall schonmal. Auch wieder Elter. Alles Keller. Und noch eine Packung Gruselfeuer. Und der Himmel erwartet das Strahlen der Sterne. Das Leuchten und Blitzen und Schneiden in der Kerne. Alles Hobby. Das ist das Logo. Sehr gut. Viel Spaß mit denen. Jetzt die Gruselfeuer. Ich versuche es alle auf Schlag zu zünden. Ja, ich kann es nicht klappen, machen wir weiter. Der Blaue wollte leider nicht. So. So, und als vorletztes Paket hier. So. 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 von Mo und Nico. Sehr sehr cool. Man hat echt sehr viel eingepackt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da zwei Papiere jeweils drin sind. Dann habe ich sie auch bekommen. Dann sag ich jetzt an Mo. Die Seite zeige ich euch noch. Mo kam. Sehr cool. Viel Spaß beim Test von denen. Jetzt die Star Kids von Mo. Jede Farbe, ein Wagen. Riechen ganz ordentlich. Noch weiter. Okay, und die letzten zwei auch noch. Jetzt, als allerletztes, jetzt ein großes Paket. Schauen wir mal, ob alles drin ist. Bin gespannt. Oh, Kellerg Laboratomänner. Sehr sehr cool. Ich habe nur eine Packung von dem Pinselstrick. Ja, gelbes Cover und das VBE. Cool. Davon auch gleich wieder zwei Packungen. Krass. Sehr sehr geil. Die testen wir jetzt natürlich auch noch. Jemals immer nur eine Packung. Die andere Packung hebe ich mir auf. Wünsche euch viel Spaß damit. Jetzt noch zwei Glavortomänner. Erstmal der erste. Ich hoffe, ich kriege sie drauf. Ja, ich glaube, man hat es gesehen. Und noch der zweite. Schön. Na ja, bevor ich es vergesse. Natürlich ist der Kanal von Feuerwerkszünder unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und natürlich auch sein Instagram Account. Und schaut einfach mal vorbei. Echt netter Kollege. Und ja. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Fest. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.